Hallo, mein Name ist Michael Peetsch und ich bin Produktmanager bei HZ. Heute möchte ich euch den Hochleistungsratschenschrauber 9022 360 vorstellen. Der 9022 360 mit seinem maximalen Drehmoment von 120 Newtonmetern glänzt ganz besonders, wenn auf engem Raum viel Kraft benötigt wird. Er ist äußerst robust und ideal für die Werkstatt, wo es bekanntermaßen auch mal rauer zugeht. Der Kopf ist aus wärmebehandeltem Stahl und besitzt keinen traditionellen Umschalthebel, der sonst eine Störkante darstellt und somit weder beschädigt noch versehentlich umgeschaltet werden kann. Außerdem ist der obere Teil geschlossen, sodass er gegenüber Fremdkörpern und Verschmutzungen unempfindlich ist. Durch die stabile Bauweise kommt der HZ-Ratschenschrauber 9022 360 auf eine extrem hohe Standzeit und ermöglicht Handnachzugskräfte von bis zu 500 Newtonmetern. Neben der hohen Belastbarkeit punktet der 9022 360 mit großer Flexibilität. Nicht nur sein Luftauslass ist um 360 Grad drehbar, auch der Auslösehebel bietet nun erstmalig diese Funktion. Das macht das Werkzeug zum idealen Partner bei Arbeiten an verwinkelten und schwer erreichbaren Stellen. Die Umschaltung von rechts auf links Lauf erfolgt über einen Stellring am Handgriff. Da bewusst auf einen Hebel verzichtet wurde, besteht keine Gefahr, das Werkzeug während des Arbeitens versehentlich zu verstellen oder die Umschaltung zu beschädigen. Ein weiteres Highlight ist der Quiet Mode. Mit diesem Feature lässt sich die Arbeitslautstärke des HZ-Hochleistungsratschenschraubers um knapp 30% reduzieren. So ist die Belastung für das Gehör um etwa 10 dBA vermindert. Mit dem HZ 9022 360 erhaltet ihr ein multifunktionales und leistungsstarkes Werkzeug, das eine einfache Handhabung auch an schwer erreichbaren Stellen sicherstellt.